So, heute schauen wir auf Tesla, auf Nvidia und auf Apple. In einer Aktie habe ich mittels Derivat gekauft, in einer weiteren Aktie würde ich vielleicht kaufen, wenn ich sie ein bisschen billiger bekäme und in der dritten Aktie kaufe ich nur, wenn ich sie exakt zu dem Kurs bekomme, wie ich mir das vorstelle. Also eigentlich will ich alles kaufen. Wir schauen uns das an und los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher Kanal. Und bei dem Intro sollte ich es vielleicht sagen, das hier ist keine Anlageberatung. Es geht hier auch nicht um langfristige Investitionen. Es geht hier um Trades, die man hin und wieder sogar als Zocks oder als Hardcore-Spekulation bezeichnen könnte. Es geht um den aktiven Handel, den man aber durchaus hinsichtlich des Risikos kontrollieren kann und nur wenn man weiß, wie man genau das macht, nur dann ist es überhaupt sinnvoll, in irgendeiner Position eine Long zu gehen oder Short zu gehen, um auf fallende Kurse zu setzen. Und ein Gradmesser, das stelle ich immer wieder fest und das reicht dann nicht, um zu sagen, ich bin hier der wetterfeste Trader. Aber wer sagt, ich nehme immer 1.000 Euro oder immer 500 Euro, egal wo der Stop liegt, der hat noch ein paar Hausaufgaben, bis er dann im Trading beginnt. Depot-Risiko beschreibt immer exakt die Summe, die ich bereit bin zu verlieren. Und je größer der Abstand ist zwischen meinem Einstieg und meinem Stop, der immer gesetzt sein muss, selbst wenn ich ihn nur mental habe, dann sollte man allerdings auch die Kraft besitzen, ihn umzusetzen, wenn es so weit ist. Das heißt, diese Strecke bestimmt dann meine Positionsgröße. Und daraus kann man dann sagen, je weiter weg der Stop, desto kleiner die Positionsgröße. So, das mal vorweg. Und jetzt blicken wir als erstes auf einen Wert, in dem ich mittels Derivat gekauft habe. Ich bin hier auch schon ein gutes Stück im Plus. Vielleicht, wenn ich jetzt sage, das hättest du ja früher sagen können, jetzt hier ein Video machen und uns erzählen, du seist hier schon im Plus, das habe ich. Das habe ich und ihr habt das Video, zumindest einige von euch haben es auch gesehen, ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir auf Nvidia, Supermicro, Tesla und Google geschaut. Und hier, wo sind wir? Bei Minute 13 in etwa. Hey, unter 15 Minuten. So lange hält doch wohl jeder durch für vier Werte. Gab aber auch wenig Beschwerden diesmal, muss ich feststellen. Da habe ich gesagt, diese Kerze, die sieht relativ schwach aus. Aber jetzt könnte ich mir vorstellen, insbesondere, weil es mir auch gefällt, dass ich zum einen die Unterstützung habe, zum anderen habe ich ein wirklich negatives Sentiment. Also unter dem Video hier, das war vor 13 Tagen. Ihr findet es ja ganz leicht. Da schaut mal in die Kommentare. Es waren nicht allzu viele, aber bis auf eine Ausnahme, der offen und ehrlich, Hut ab dafür, das ist gerade in den Kommentaren ja nicht. Warum sollte man schreiben, ich bin hier gerade im Minus? Also solche Ehrlichkeit, die schätze ich. Ich sage es euch ja auch, wenn bei mir etwas schief geht. Ich bin mit Tesla 10% im Minus, aber ich halte erst mal. Ansonsten eigentlich nur vernichtende Kommentare. Ja, Tesla, da habe ich schön meine Shorts glattgestellt, habe Geld mitverdient. Na klar, kann auch genauso sein. Und dann sage ich Glückwunsch. Ja, selber eine positive Tesla-Bilanz mit meinen Trades. 4 zu 3, ja, aktuell. Ich kann es nur immer wieder hervorheben. Also der jetzt ist wichtig. Entweder 5 zu 3 oder es geht 4 zu 4 aus. Zeige ich euch gleich, was ich da mache. Aber da habe ich gesagt, ich möchte zumindest eine Wochenkerze, die eine Stabilisierung andeutet. Und die haben wir gesehen in Tesla. Und da geht es jetzt überhaupt nicht darum, dass man sich Gedanken macht darüber, ja, in den nächsten 12 Monaten wird Tesla dieses oder jenes. Die Stimmung für Tesla hat sich massiv gedreht. Und es ist nicht so viel schlechter, als das Geschäft jetzt gelaufen ist. Das muss man auch mal sagen. Es gibt durchaus Bereiche, in denen Tesla hier Fortschritte macht. Nur, ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Tesla-Faktor, der eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, nämlich Elon Trump, der Musk-Faktor, klingt für mich immer noch wie ein Deo, aber ihr wisst, was ich meine, der hat sich ins Negative verdreht. Vorher hieß es, lass den Elon mal machen. Und jetzt heißt es, ja, Elon ist ein Störfaktor. Und deswegen, das ist alles nichts. So schnell dreht sich das Ganze. Und das ist natürlich für eine Long-Position ideal. Denn bei einer anderen Ausgangslage muss man natürlich noch fragen, ja, wer kauft denn, wenn alle super bullish sind für Elon und für Tesla? Das ist überhaupt nicht mehr so. Innerhalb weniger Monate hat sich das gedreht, weil Tesla natürlich auch, völlig egal, ob es jetzt zu den Magnificent Seven noch dazu zählt oder nicht, ist auch völlig wurscht. Davon hat das Unternehmen ja eh nichts, außer vielleicht eine Schlagzeile mehr. Und wenn er was kann, dann produziert er schon alleine genügend Schlagzeilen. Ich werde ja jetzt nicht zum Musk-Fan deshalb zumindest nicht. Aber das ist eine Ausgangssituation. Alle anderen haben geliefert, mehr oder weniger. Apple, Alphabet sind auch einen Tick schlechter gelaufen. Aber ja, Tesla war halt aus der Gruppe, der mit der mit Abspann stand. So, ganz langsam. Schwächste Wert. Und jetzt gucken wir mal. Es gab zumindest die Stabilisierung. Ich gebe zu, das war diesmal schon ein bisschen Risiko drin. Aber wir sind eben auch tief. Es war schon sinnvoll abzuwarten. Lass mal gucken, was hatten wir denn für einen Kurs? Tesla ist nicht genau drüber. 177 müsste es etwa gewesen sein. Also wir waren dann auch noch mal ein gutes Stück drunter. Und dann gab es auf Tagesbasis, das schaut man sich natürlich dann auf Tagesbasis an. Ich werde einmal ganz kurz zusammen machen. Schaut man sich das an. Und dann gab es hier einen sehr schönen Rebound. Und die Kerze hier auf der Unterseite, die wurde sofort gekauft und diese auch. So um den Dreh. Es ist jetzt nicht so, dass ich Tesla hier unten bei 160 gekauft hätte. Jetzt sind wir bei 181. Sondern bummelig 5% tiefer. Roundabout. Habe ich jetzt gerade mal so hochgerechnet, weil ich ja meinen Hebel kenne. Also mein Stopp ist Hardcore gewesen, ist direkt hier unter dem letzten Low. Und nach wie vor kann es natürlich auch passieren, theoretisch, dass Tesla noch mal fällt und diese Unterstützungszone hier vollends auslotet. Aber ich würde mal sagen, nach dem Rebound, spätestens heute, willst du keinen Kurs mehr unter dem letzten Tief. Und das ist das Entscheidende. Es orientiert sich hier am Preis. Nicht daran, dass ich jetzt sage, ich werde ein Fan vom Produkt. Wobei ich ehrlicherweise zugebe, ich war offensichtlich im Industriellen Urlaub merksam. Das Model Y hatte ich immer viel teurer. in der Änderung. Also manchmal siehst du den einen oder anderen absoluten Vollproleten damit durch eine Stadt hämmern, weil die natürlich so viel Dampf haben. Aber die allermeisten Tesla-Fahrer nehme ich zumindest, weil es natürlich auch ein bisschen strobsparender ist, als einigermaßen gesittet war. Und das Topmodell von dem, was kostet das noch? 65.000 Euro? Eine Stange Geld. Keine Frage. Aber A, dachte ich, sie seien teurer und B, im Vergleich zu den anderen Luxus-SUVs ist okay vom Preis her. Also, versteht mich nicht falsch. Ich weiß schon, dass es eine Menge Geld ist, aber was da teilweise aufgerufen wird für Autos heute, ist ja auch Wahnsinn. Verschuldet euch bitte nicht oder macht große, irgendwelche Leasing-Verträge, mit denen dann die Hälfte eures Einkommens weg ist. Das macht nun wirklich gar keinen Sinn. Und euer Nachbar denkt in Wahrheit auch nie, ihr seid eine coole Socke, sondern denkt immer, was für ein Angeber. Was für ein Angeber. Kann sich keinen Urlaub leisten, aber die Karre soll hier an der Straße stehen. Darum geht es aber heute nicht. Die Beobachtung habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gemacht. So, was nun? Ich nehme noch keine Gewinne mit. Vielleicht bekommt ihr ja dieses Video nämlich schon am Dienstag auf. Das heißt, die Kurse, die ihr seht, ist nicht von gestern, sondern vorgestern. Vielleicht bekommt ihr die Aktie jetzt auch 5 Dollar billiger, wenn überhaupt. Denn es ist schon ein kleiner antizyklischer Zock. Ich möchte die Aktie behalten, um meine 5 zu 3 Führung dann auch richtig zu genießen. Bis hier oben. Das heißt also, so um die 200 Dollar, nageln wir nicht auf den Dollar drauf fest, ja. Aber wenn es jetzt sehr schnell geht, würde ich wahrscheinlich Teilgewinne realisieren. Das ist also kein langfristiger strategischer Einstieg. Dann würde ich auch kein Derivat nehmen, sondern wäre ich in der Aktie direkt. Also wollen wir mal schauen. Aber ich wollte euch sagen, das ist ja quasi die Fortsetzung von dem Update vor zwei Wochen. So, nächster Wert. Da bin ich also drin. Dann habe ich, glaube ich, einen zweiten genannt. Der wäre, wenn für mich vielleicht sogar eine strategisch etwas längere Position. So ähnlich. Auch Apple steht derzeit unter Druck, weil man so ein bisschen der Saubermann, also die im Vergleich zu Google und anderen ja deutlich geringere Strafen gehabt. Jetzt gibt es Lack von allen Seiten. Und wer jetzt eine Apple kauft, der muss natürlich letztlich daran glauben, dass das Unternehmen in Zukunft auch so performen wird und jetzt vielleicht einfach nur ein zyklisches Tief hat. Bei AI wird der ein oder andere enttäuscht sein, warum muss man da jetzt Google einkaufen für die nächste Generation. iPhones, Gemini heißt es, glaube ich. Also, aber auch das ist natürlich interessant und eins wollen wir mal sagen, bei den Negativschlagzeilen von Apple, ich meine, das hier oben ist immer noch das Allzeithoch. 200 Dollar und jetzt sind wir bei 170 Dollar. Ich glaube, die allermeisten langfristigen Aktionäre von Apple werden jetzt nicht komplett in Trauer verfallen, wenn sie sich das hier anschauen. Auch hier geht es wahrscheinlich eher um den Vergleich, dass Apple halt zuletzt schwächer gelaufen ist als der Markt. Also, Nasdaq 100 ist stärker gelaufen, S&P 500 ist stärker gelaufen, aber in the long run. Und wer sagte, ich wollte sie immer schon mal in einem Moment, in dem sie eben nicht mit ihrem Servicegeschäft so gehypt werden und, und, und. Und ich habe es gesagt, wenn ich jetzt einen frommen Wunsch hätte, ist natürlich ein bisschen gemein für die, die investiert sind, aber wen interessiert das langfristige Anleger? Wenn ich einen Abtaucher bekäme, hier unten in Richtung zwischen 140 und 150 US-Dollar, dann wäre das natürlich attraktiv, aber auch kurzfristiger wäre es interessant, wenn wir hier die Unterstützungszone jetzt nochmal testen würden. Und das muss nicht passieren. Das gehört zum Trading dazu, dass du etliche Pläne und Setups erstiehlst und dann steigt der Wert einfach früher oder er fällt früher, als du es geplant hast. Gehört dazu. Apple finde ich aber momentan wieder ganz interessant, weil wirklich gerade bei diesen großen Werten, da kannst du ja nicht davon ausgehen, dass du irgendwas in der Bilanz oder in der Pressekonferenz oder aus einer Nachricht rausliest, oh, die anderen haben gar nicht mitbekommen, Apple wird jetzt auch noch das iPhone 16 bauen. Ist ja Wahnsinn. Da bin ich bestimmt früh dran. Ihr wisst nicht, wie viele Mails ich bekommen habe, ob man jetzt nicht Apple kaufen sollte. Ist Jahre her wegen der Apple Watch. Ich meine, das Ding wird doch jetzt jeder kaufen. Und meine Antwort war, ja, aber das weiß doch auch jeder, dass Apple das tun wird. Das weiß der Kurs, das weiß der Markt. Es gibt bei diesen großen und dem, ihr kriegt auch bei Nvidia vielleicht noch am ehesten, kann man da komplett konträre Seiten einnehmen, ganz andere Standpunkte, weil da viele Wenns und Abers mit drin sind. Aber du kannst nicht eine Apple-Nachricht lesen und dann sagen, das werden die anderen, das könnte doch sein, dass der Markt hier was übersieht. Da ist also meines Erachtens die Stimmung durchaus ein interessanter Faktor. Wir haben es bei Alphabet gesehen, da war die Stimmung ziemlich mies. Die Akte hat sich dann positiv entwickelt. Und sofern der Markt jetzt nicht komplett in den Tauchflug, heißt das? Nee, Tauchflug, Tauchgang übergeht. Nein, Tauchgang übergeht. Sinkflug. Sinkflug übergeht. Gehe ich davon aus, dass Apple auch ein neues Allzeithoch generieren wird. So, ganz einfach. Warte mal, können wir hier die Linie, hilft uns die noch ein bisschen? Wenn wir die mal hier noch reinpacken. Ja, würde auch sagen, vielleicht kriegt man sie ja nochmal 10 Dollar billiger. So, und der letzte Wert ist eigentlich nur eine, ja, eine Erfahrung, die ich gerne mit euch teilen möchte. Möchte, wo haben wir sie denn? Wo ist mein Kurs? Jetzt könnte man natürlich völlig überflüssigerweise sagen, guck mal, das hier, ups, ich wollte es gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Da, ich nehme es mal weg. Also, es ist auch völlig egal, was ich hier einzeichne, ja? Jetzt könnte man ja sagen, das wird ein Doppeltop. Warum? Ja, wir sind von der Marke hier 975 ungefähr zur Oberseite abgeprallt. Und jetzt prallen wir hier nochmal ab, oder? Wird das so? Und meine, steht ja immer unten, Disclaimer, ist nur meine persönliche Meinung. Niemals nie. So ein starker Trend endet nie mit einem Doppeltop. Niemals nie. Das heißt also, ich kann Nvidia als neue Position jetzt nicht kaufen. Schlicht und einfach deshalb, weil das Chance-Risiko-Verhältnis zu schlecht ist. Ja, ich kann mir ja nicht irgendeinen Wert ausdenken und sagen, hier setze ich mal einen Stop. Das kann ich natürlich machen, aber das kann ich mit mir nicht vereinbaren. Das heißt, ich müsste vernünftigen Stop, wenn wir diese hier von das Retracement ziehen, irgendwo zwischen 850 und 870 Dollar, müsste ich wahrscheinlich, ja, wäre ein Stop vernünftig. Eigentlich eher bei 850. Naja, und jetzt sind wir 100 Dollar höher. Und dann kannst du natürlich irgendein Fantasieziel auf der Oberseite nehmen. Aber ganz ehrlich, wer jetzt in Nvidia nicht eingestiegen ist, wer den Zug komplett verpasst hat, der wird ja jetzt nicht knapp unter 1000 Dollar dann nachkaufen. Wichtig dabei ist mir, das festzustellen, es gibt zwei Prozent der Fälle, drei Prozent der Fälle, kommt es vielleicht so, es gibt keine Doppeltops, die so einen starken Trend beenden, meiner Meinung nach. In dem Moment, wo wir ein neues Allzeithoch markieren, wäre das damit bestätigt. Das heißt also, eher wird Nvidia von hier aus weitere Dollar steigen und das würde bedeuten, sie steigen über 1000 US-Dollar an. Wie deutlich, werden wir sehen, als dass es jetzt aus dieser Situation heraus zu einer größeren Korrektur kommt. So oder so, neue Positionen wären für mich knapp über 900 Dollar, aber kommst du eigentlich nie mehr rein. Und wir sprechen hier nicht von Investoren, wir sprechen hier von Trading. Da hätte man früher drin sein müssen, war ich auch, ich habe euch so gut verkauft, ich hoffe, ihr nicht. Abschließend nochmal der Hinweis, wenn ihr solche frühzeitigen Hinweise, wie bei Tesla zum Beispiel, da sage ich euch ja im Video, das muss passieren, dann möchte ich kaufen. Wenn ihr das möchtet, dann unterstützt mich gerne, indem ihr den Kanal abonniert und die Alarmfunktion einschaltet, dann bekommt ihr eine Nachricht, wenn das nächste Video hochgeladen ist, was am kommenden Dienstag der Fall sein wird. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Osterwochenende, freue mich auf eure Kommentare, Wir hören uns wieder, bis dann und ciao.